Also mein Name ist Benedikt Ehe, ich bin 14 Jahre alt und spiele auf sechs oder acht. Meine bisherigen Vereine waren SV Sulmettingen, mein Vorbild ist Bellingham. Bei FIFA nehme ich meistens immer Dortmund und mein persönliches Ziel ist irgendwann mal Fußballprofi zu werden und die Zielmannschaft sind Top 3 in der Liga.